Hallo, ihr seht schon, das ist nicht mein PC, der steht hier unten, die alte Schrottbühle. Der ist das ganze Stativ da vorne. Wir haben hier eine Tüte Scheiße. Ich habe noch ein paar, die verlose ich. Ich hoffe, man sieht alles, gell? Siehst du auch alles? Komm. Scheiße. Lacht der Tobi. Ab nach Chinatown. Ja, natürlich. Ja, ohne es regnet sich durch. Paul? Ja, wir haben gerade Stau hier. Ja. Stau. 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 Wir stehen im Stau. Was? Wir stehen im Stau. Wir sind aus der Straße. Wieso? Arbeiterverkehr. Der größte Fan. Jetzt rüpfst du ja immer ein Video rein. Das wird rausgeschnitten, ist jetzt klar. Da schneide ich alles rein. Paul, wo sind wir jetzt? In Bonn. Sicher? Am Museum. Ich bin mir da sehr sicher, dass wir hier in Bonn sind. Ist das das Museum? Ja. Ah ja. Was gibt es hier drinnen? Autos. Ja. Und kein Zeichen. Paul? Wie finden Sie es in Bonn? Sehr schön. Vor allem das Unspannwerk da. Vielleicht kann ich mein Handy auf. Ich auch. Paul? Ja. Wir sind da. Paul, wie findest du die Führung? Interessant. Ja, man hat mal so ein Gadget hier. Da, da. Paul? Was wollen wir gleich machen? Fahrstuhl fahren. Nein, wir fahren keinen Fahrstuhl. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Okay. Er hat das beste Hintergrundbild. Warte. Fokus. Fokussiert halt manchmal nicht. Boah, das stinkt so ein Pisse. So 8 Personen. Ja, das war mal 2. 2. Jetzt hab ich Angst. Wann war der letzte TÜV? TÜV? Ja, doch. Jetzt ganz aktuell. Wir sind zu schwer. Oh nein, jetzt geht's los. Hey, verpiss dich. Los, hör. Oh, da sind ja Leute. Los, hör. Komm, das schaffst du. Spiegelung. Ja. Schmecken. Senden. Bitte. Danke. Ja, jetzt aber. Komm. Ja. Schneeflan. Olaflan. Und. Fettes Land. Das ist ein Roboter. Boah, ist die schnell unterwegs, Paul. Alter, guck dich mal an. Beweg dich. Hier siehst du ein Flüchtlingsboot, mit dem Schleuser Flüchtlinge von Libyen nach Italien gebracht haben. Wir schätzen, dass ungefähr 60 bis 100 Flüchtlinge da mitgefahren sind 2014. 14. Ja, jetzt ist er auch so gerade wieder Facka. Bestimmt so ein Duschkopf oder so. Kripo Köln. Was war das? Alter. Warte, hör mal. Warte, warte. Ihr großen Helden. Warte, warte. Mit meiner zweistimme der FDP will du dich keine absolute mehr heißen. Ich gebe meine zweistimme der FDP. Okay. Weil du heute keine Schulden machst, wie wir Jungen morgen bezahlen. Was? Dafür habe ich noch 100 Euro? Wie viel? Mark. 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 Viel zu viel. Boah. Ey, das ist doch mal geil. Was? Es gab Hunter. Ach, wunderschöne Kamera. Warum kann ich das nicht so aufspulen? Ein Stück Mond. Das ist ein geiles Büsschen. Das ist eine Originalnachbildung der Grenze zwischen DDR und BRD. Lass mal zurück. Ja, dieses Foto wurde nicht gemacht, weil er da so niedergekniet ist. Dieses Foto wurde nur gemacht, weil Journalisten gedacht haben, dass er einen Herzinfarkt hat. Ich weiß, ich habe den Vortrag auch mit gehört. Ist nicht so selbstverständlich. Wir waren in derselben Gruppe. Wirklich? Ja. Paul? Ich denke, wir sind fertig mit dem Video. Ja, deswegen. Wie fandst du das, äh... Interessieren? Ich würde es weiterempfehlen. Ich nicht. Ich nicht. Und, äh... Und, äh... Es ist halt... ...larm. Die einen oder anderen Sachen. Aber es gibt genügend Fahrstühle. Ja. Und Rolltreppen. Es gibt nicht genug Fahrstühle und das ganze Gerümpel, was da interessant wäre, steht im Keller. Was hast du jetzt? Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Abonniert und liked. Genau.